Gut. Let's... Ja. Lasst uns mal weiter im Oldtime bleiben. Obwohl ich glaube, dass ich ziemlich im Arsch bin, weil ich... gegen eine Fiora-Mitte bin. Was ich mal derbe-unwitzig finde. Derbe-unwitzig. Ähm. Warum hab ich Fiora-Mitte? Wer spielt denn Fiora in Mitte? Kann mir einer verraten? Ähm. Aber gut. Mal schauen, was es wird. Ich bin leicht verwirrt, wie gesagt. Aber okay. Ja. Ähm. This way! Oh, iddo, iddo. W-w-w-w. Hm. Ich bleib jetzt beim Oldtiming hier. Beim Oldtiming? Gerade eben Brand, jetzt Annie. Okay, und? GG? 27 Sek. Okay. Oka? Wir sind ihr? 2-Richt? 3-Richt? 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 4-Richt? Jetzt nicht... 30 Sekunden bis ein Minion zu sparen. Oh damn, das. Ezreal, bitte nicht aufgaben sein, bitte nicht. Don't be. Danke. Hab ich die richtigen Ruhe? Ha! Nice! Ja! Toll! Ich hab vergessen meine Ruhe... Oh nein! Ich hab vergessen meine Mastermind zu erinnern. Ich hab null... Röstung. Don't be a security cat! Ähm... ... ... ... ... Was soll ich bitte mit ner Andy gegen ner Fioran stellen bitte? Wir sind noch da? Einig, meinig, meinig, fern! Einig, meinig, fern! Können Sie das machen? Keine Ahnung, keine Ahnung! PAMPS BAMPS Nice Pfft 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 Was war so eindeutig nicht geplant? Aber who cares geplant? Oh, fuck. Puh. Uuuuuhh. Das ist wirklich ziemlich großartig hier. Habt ihr meine Bärkebers gesehen? So. Ja, es ist nicht so leicht gegen eine Fiora-Mitte zu spielen als eine Annie, weil die bürstet mich einfach... Die fickt mich einfach nur. Komm raus, komm raus, wo du bist. An Annie hat geplant. Hey! Don't be a security cat! Was zum Teufel? Soll'n diese Legs? Dammit! Habt ihr gesehen, meine Bärkebers? Ich weiß nicht so recht, was ich mit der... Ähm... Ich hab Angst vor Fiora und zur Derbe. Wenn mir die nicht näher kommt, dann kann ich was machen. Ja, ich kann nichts gegen die machen. Was macht der da? So lecker boss-mäßig. Ich kann nichts gegen die machen. Was macht der da? So lecker boss-mäßig. Probleme haben. Warum muss ich in letzter Zeit immer gegen so Scheiß mit Lennerspielen? Gerade eben mit Brand gegen den Lee Sin. Was sollte der Scheiß? Jetzt mit Annie gegen Fiora. Was soll der Scheiß? Ich verstehe das. Der weiß! Ich komme jetzt wieder mit dem Last-Hitten hinterher, glaube ich. Die tierisch Angst vor meinem Stun. Also übertrieben Angst vor meinem Stun. Hier! Äh, wer ist der Jungler Warwick? Ja, wenn der mich natürlich ultiht, bin ich tot. huge gold. Lampe. Come out, come out, wherever you are. Oh, ich liebe Annie. Annie ist so ein juicy Mädchen. Ah, jetzt farmt sie oder was? Alter Scheiß. Ah, jetzt hat sie zwei Farben mehr als ich. Oh, ich brauche Worte oder sowas. Oh, ich brauche Worte. Ich kann nichts tun. Also da kann ich ja wirklich... Also wenn Wabig und Führer gleichzeitig ihre Ulti zu finden, was soll ich da machen? Ich meine, da kann ich schlecht was machen. Jetzt habe ich keinen Blue. Aber Annie braucht so wichtig auch keinen Blue. Ich sollte mich jetzt weiter aufs Farm konzentrieren, ansonsten... Ich spiel. Wir spielen mit den Matchen. Hopp, skip, jump! Hast du gesehen, mein Bad Chibbers? Ja, ich muss irgendwo Kirsten nehmen, ansonsten. Geil. Geil. Really GG, Maud. Really GG. Geil. Hm. Ja, mit ist over jetzt. Hm. Don't be a security cat! Have you seen my Bad Chibbers? Geil. I never play with matches. This way. Das hilft mir auch nicht so viel weiter. Wenn ich die Kills nicht bekomme. Hm. Das hilft mir auch nicht so viel weiter. Come out, come out. Hm. Normal macht mein restliches Team ist alles relativ gut. Are we there yet? Hm. Oh, jetzt leck ich wieder. Was soll denn der Scheiß? Fucking Hyping. Was soll die. Uh huh. I don't know. No, 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 no. Gut job. Jetzt müsste ich nur mit dem Farm aufholen, dann... Führer überschätzt dich nämlich. No. Könntet ihr sie bitte töten? Goddammit! Meine Fresse. Das ist echt nicht mehr feierlich hier. Your team has destroyed a turret. Hup! Kip! Jump! By the way, buy armor, please. Don't be a scaredy cat! Hm. Why do we keep up? Www! Was? Www! F**k! Bad luck. Das ist ein Schwerpunkt. Du bist eine Schwerpunkt, Katz! Rampage! Shutdown! Ich habe nie gesehen! Ich habe nie gesehen! Ich habe nie gesehen! Ich habe nie gesehen! Ja, ich habe nur lulled. empfehlen der geborst der huck es ist traurig ein fein war es hat noch drei sekunden kuhlern hatte das ist ja nicht mehr feierlich Ah, hi, Fiora, nice to meet you again. Da lecke ich schon wieder. Was soll'n der Rotz? Das wird keine Level Ranks mehr machen. Die lecs gehen in der Wormsorge. Warum ultiert er schon wieder mehr? Könnt ihr die bitte töten? Dank. Und schon wieder ein Hyping. Ich krieg's zu fehlen. Dein Team hat einen Turrent. Habt ihr gesehen, mein Bad Kevers? Aber eventuell gewinne ich das hier sogar noch. Who knows, who knows. Das Team hat den Turrent verletziert. Ein Anni hat sich geflogen. so wo mein farm ist grau I'm so fucking dead come on dude cool wenn ihr euch nicht komplett tot das wird sogar ankotzen was für ein jana skin ist das warum war der tornado gerade braun seit wann ist janas tornado braun oh 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 big fuck oh 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 Der kackbraune Dings hier. Ich sehe mich gar nicht mehr, was ich nicht so wichtig bin. Gut, ich glaube das reicht erstmal. Renga war ja noch nicht mal bei uns beziehungsweise. Habt ihr gesehen, meine kleinen Körpers? So, ich glaube nicht hier. Ich glaube, ich habe gerade drei oder vier Kills, ne, drei Kills habe ich gerade bekommen. Einfach nur durchs nicht wissen, wo ich bin und einfach nur irgendwelche Tasten drücken. Klappt doch. Was tut er da? Okay. One less. Ja, gut. GG, well played. Any ranked ist ebenfalls done, aber, ja, heute keine ranked mehr. See you, victory.